Hallo, ich begrüße dich bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit dem Foyerischen Gesetz. Der Wärmestrom Q ist eine Wärmeleistung und wird in der Einheit Watt angegeben. Der französische Physiker und Mathematiker Foyer fand im Jahre 1822 heraus, dass die Wärmeleistung, die bei einem gegebenen Temperaturgefälle und einer bestimmten Zeit T durch eine Wand der Fläche A und der Dicke D strömt, mit folgender Formel beschrieben werden kann. Q ist gleich Lambda mal A mal Temperaturgefälle durch die Dicke des Materials. Der Wärmestrom Q ist also die pro Zeiteinheit übertragene Wärmemenge. Das Foyerische Gesetz gilt aber in dieser Form nur, wenn die Flächen, durch die der Wärmestrom tritt, eben und parallel zueinander sind. Wir wollen uns nun anschauen, aus welchen Faktoren die Formel besteht. Q ist die Wärmemenge. Sie wird gemessen in der Einheit Watt. Der Proportionalitätsfaktor Lambda wird als Wärmeleitfähigkeit bezeichnet. Er wird maßgeblich durch das Material des Gegenstandes bestimmt. Die Wärmeleitfähigkeit ist also ein Maß, wie gut oder schlecht ein Material, Energie in Form von Wärme, durch sich hindurchleitet. Der Lambda-Wert ist also ein stoffspezifischer Kennwert, der in Tabellen nachgeschlagen werden kann. Die Wärmeleitfähigkeit ist aber keine reine Stoffkonstante, sondern ebenfalls von der Temperatur abhängig. Bei großen Temperaturdifferenzen kann sich die Wärmeleitfähigkeit über die Dicke des Materials hinweg relativ stark verändern. In diesen Fällen ist mit einem mittleren Wärmeleitproeffizienten zu rechnen. Die übertragende Wärmeleistung Q ist demnach proportional zur Fläche, zur Wärmeleitfähigkeit Lambda und zur Temperaturdifferenz. Die übertragene Wärmeleistung Q ist umgekehrt proportional zur Materialdicke. Nach heutiger Sicht wird der Begriff Wärmetransport schärfer durch die physikalische Größe Wärmestromdichte Q beschrieben. Wir wollen uns nun eine Beispielberechnung ansehen. Es soll die Wärmeleistung Q berechnet werden, welche durch eine 2 Quadratmeter Holzplatte mit einer Dicke von 30 Zentimetern bei einer Temperaturdifferenz von 9 Kelvin strömt. Die Wärmeleitfähigkeit der Holzplatte beträgt 0,13 Watt pro Meter und Kelvin. Wir setzen die gegebenen Größen in die Formel ein und erhalten eine Wärmeleistung von 7,8 Watt. Wie bei jeder Textaufgabe darf ein Antwortsatz nicht fehlen. Er lautet, die Wärmeleistung, die durch die Holzplatte strömt, trägt 7,8 Watt. Wie man an dieser Aufgabe sieht, kann die Wärmeleistung Q nicht direkt gemessen werden, sondern sie beruht immer auf einer Temperaturdifferenzmessung. Das Wichtigste ist zu diesem Thema noch einmal kurz zusammengefasst. So beschreibt das Fourier'sche Gesetz den Wärmestrom Q, der durch Wärmeleitung durch ein Material tritt. Q ist gleich Lambda mal A mal Temperaturgefälle dividiert durch die Dicke des Materials. Das Fourier'sche Gesetz gilt in dieser Form aber nur, wenn die Flächen, durch die der Wärmestrom tritt, eben und parallel zueinander sind. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Physik-Playlist. All unsere Lernvideos findest du übersichtlich geordnet unter folgendem Link. Auch steht dir im Google Play Store unsere Level-Up-App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up!